Moinsin, liebe Zocker und Zockerinnen, hier ist mal wieder der Gress auf euch am Start und der Wuldi Wuldi Ohlsohn. Ist auch dabei. Ist auch dabei. Hallo. 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 Udi. Hallo. Hallo. Agressi. Na? Na? Wie geht's dir so? Och, ganz gut. Und dir? An diesem wunderschönen Abend. Und mir geht's supergeil. Wir nehmen ja jetzt heute hier gerade nach dem Livestream auf. Das heißt, der Aggressor hat schon einige Stunden zocken hinter sich heute. Richtig. Ich mache hier noch einen kleinen Breakdance hier. Oh, mit der? Hier so Moonwalk. So. Mit der heißen Mönchin. Mhm. Die will von dir genommen werden. Ich rumpel dich mal so ein bisschen an. Ja. Hier, Harald. Harald Potter mit dem Zauberstab. Der wartet hier doch schon. Oh, komm schon. Mit dem Zauberstab. Hallo. Gib's mir. Guck mal. Ich kann auch zaubern. Zauberstab. Ui. Nicht, dass du mir da hinten den Popo knallst. So. Nein. So. Aber jetzt zocken wir erstmal wieder in der Runde Diablo 3 weiter. Richtig. Und was ist denn unsere jetzige Quest, die wir gerade haben? Keine Ahnung. Wir haben hier Questziele. Eine zerbrochene Krone. Sucht nach dem Altar des Kanzlers unterhalb des Friedhofs der Verlassenen. Also müssen wir erstmal hier wieder in den kleinen Swerp-Botellchen rein, ne? Genau. Wir bomben uns jetzt erstmal. Friedhofs der Verlassenen. Da müssen wir hin. Da müssen wir den Altar des Kanzlers finden. Des Kasslers? Lecker Kassler. Kassler. Ich habe heute Zucchini gekriegt. Die werden auch erstmal mit Kassler gefüllt. Richtig lecker, ne? Wer schenkt dir den Zucchinis? Meine Tante. Das ist ja nett. Ich brauche Geisteskraft. Richtig geil. Und dann kommt der Kassler rein. Dann holen wir die auf. Und dann kommt der Kassler, wie gesagt. Dann kommt Reis rein. Das wird dann mit dem Inhalt ein bisschen vermengt. Alter. Der Zucchini-Inhalt. Und dann kommt da rüber Käse, nämlich schön. Schön Käse? Käse, ja. Käse. Käsebrot. Käsebrot. Wir mögen alle Käsebrot. Käsebrot ist unser Tod. Den Hetzverpackung und Käsebrot. Magische Handschuhe habe ich gefunden. Das ist nett. Ich habe auch irgendwas gefunden. Schön. Der nett ist geliebt. Kollege hat ein schönes Schöpfen drauf. Ich habe ein Dolch. Ich habe ein Dolch. Und eine Arme. Armbrust. Ist nett. Aber oben ist ein Gold, Gold, Gold. So, ich würde sagen, wir gehen hier direkt mal in die entweite Krypta rein. In die erste. Okay, da wo war auch eine. Ja, ja. Da ist es hier mehrere. Nehmen wir mal die, ne? Bei unserem Glück ist es wahrscheinlich direkt die erste oder die letzte. Ja, bestimmt. Aber checken wir erstmal die hier aus. Nach den kleinen Kollegen hier. Ja, aber. Ist was aufs Maul haulen. So, wen hauen wir jetzt hier aus, Maul? Oh, ich habe den Gold gefunden. Ah, Diablo 3 ist auch hier gerade, wo wir nachts zocken, hier so um ein Uhr morgens. Hat auch richtig perfekte Stimmung dafür. Ja, auf jeden Fall. Auch genauso du es dann, ne? Ja, ja. Oh, eine grobe Keule. Eine grobe Keule. Aber das ist ja auch echt das Coole an Diablo 3. Alter, was haben die denn gemacht? Achso, das war ich. Na, die waschen hier richtig ran, ey. Die Zombies. Übelst. Aber da können die doch nichts machen. Ey, bewirfst du mich. Wir haben neues Wissen. Geil, oh. Warte, hau ich das gleich mal weg hier, wenn ich die hier weggesäbelt habe. So, und jetzt klick ich... Oh, und Thorsten noch. Ey, Thorsten, schill mal. So, macht er dann nur. So, dann klicke ich mal neues Wissen an. Die dramatischen Ereignisse in diesem Land haben viele Geister zurückgelassen, die nicht in Frieden ruhen und nach Vergeltung streben. Diese Geister üben wahllos Rache an allen, die ihren Weg kreuzen. Denn sie glauben, dass das Blut der Lebenden ihnen das Leben zurückgeben kann und dass sie gebracht wurden. Ah, ja. Rala, rala, rala. Rala, 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 rala. So, okay, das ist so. Oder Thorsten. Thorsten, die uns kommen. Mottis. Hallo, Mottis. Oh, guck mal, weck, Mottis. Mottis, quatsch doch nicht immer. Moooo, ordentlich weck, Sprott. Oh, was ist das denn? Ein Schatz haben wir gefunden. Gold und Silber in der Truhe. Oder in einem, keine Ahnung. Fettis. Ich brauche Geisteskraft. Wieso sind wir denn? Wieso sind wir denn hier auch im Game drin? Ja, das ist keine Ahnung. Sie wollten halt auch mal ein Foto von mir ins Game einbringen. Ja. Ein paar, ähm, ich trage, sie trägt zu viel. Warte mal, ich muss jetzt mal ein paar Sachen rausknüppeln. Voll bereut. Ein paar Sachen rausknüppeln hier. Bootsies. Warte doch mal, ich will noch mitknüppeln. Hier liegt so viel Scheiße rum, ey. Boah, die Mottis, die quatschen mir zu viel. So, ich muss jetzt mal ordentlich Scheiße rauswerfen. Nur Kacke hier am Start. Ah. So. Das sind hier zu viele für mich. So, guck mal, ich bin mal her, warte. Nicht genug Gast nicht wieder bereit. Ich bin noch nicht wieder bereit, ey. So. So gut. Ja, danke. Aber was ich da für einen Haufen hingelegt habe. Danke, lieber Herr Münch. Die Mottis, sie haben einfach zu viel gezaubert da. Also, warte, ich muss da so ein bisschen Ordnung schaffen. Was ist hier nicht? Sie muss in einer anderen Krypte sein. Ach, so ein Scheiß. Die falsche Krypte, da können wir uns direkt raus teleportieren, hier. Wollt ihr in eine aktuelle Dungeon reisen? Ja, was wollen wir? Ja. Wir wollen reisen ohne Ende. Lass mal hochgehen. Waren wir da nicht schon drinnen? Na, hier ist ja auch noch einer. Genau da. Die wird auch immer irgendwo anders hingedroppt, ne? Ist ja niemals gleich. Ne, ne, also wir bei allen Diablo-Games sind die Maps random. Voll krass. Jo. Voll gut, ey. Okay, kann man hochstreppen. Voll geil. Voll geil. Voll geil. Voll geil. Voll geil. Wie machen die das bei Diablo? Komm rein. So. Oh, das ist mal ernst. Ey, nicht genug geiles Kraft, dann schafft den mal welche an. Oh, wir haben schon wieder ein neues Wissen. Guck mal, Minis sind hier. Was? So, warte. Drücken wir mal aus neues Wissen. Machen wir mal. Dämonen sind dafür bekannt, ihre eigenen Jungen zu verzehren, wenn keine andere Nahrung zur Verfügung steht. Ihr Nachwuchs, die Kobolde, können mitunter fliehen und verbünden sich mit anderer Höllenbrot. Sie bewegen sich in aggressiven Gruppen, immer bereit, sich auf ahnungslose Reisende zu stürzen und sie mit ihren winzigen, messerscharfen Zähnen zu zerreißen. Das gehört, es läuft den Trollgangs rum und so, ne? Die, die Kobolde. Die Koboldgangs. Ne, Stufe 7 bin ich schon. Ist auch nicht. Warte, ich hab irgendwas Neues gelernt, glaub ich, ne? Äh, wie war das hier nochmal? Fertigkeiten, Alter. Fertig. Ich habe fertig. Ich habe fertig. Immer diese Strunz, diese Flasche, ne? Ja, wunderschön. Geier-Krallen-Tried. Was? Erlauben. Zack, sag nicht, sag nicht. Wunderschön. Geier-Krallen-Tried hab ich hier erfunden. Grad gelernt, ne? Oh mein, Jedi-Master. Oh, hier sind's, da sind's, da sind's, da sind's schon die Gang. Ha. Guckst dir an. Der Trollgang hier. Zieh durch. Ihr Schmierfinkel. Die Finger aus den Uttaller. Uh, du Troll. Unglaublich, diese Trollis. Ja, echt. Schiebst auch mal einen Trolli vor dich, ne? Vor dir her. Ja. Wo du deinen Bauch drin hängen hast. Richtig dicker Trolli. Wie ist das? Also nehmen wir jetzt ein Mettbrötchen drin. Hast gelesen, bei Facebook? Es gibt jetzt neue Rittersport Mett. Oh, das wär ein Traum. Den gibt's wirklich. Ich hab schon wieder neue Handschuhe. Okay. Die sind ja doof. Nee, die machen. Rittersport Mett. Ja, das wär richtig Traum. Hab ich schon vorgestellt. Ich glaub, ich glaub, das hält sich nicht. Oder Metteller. Ganz neu. Statt Nutella, Metteller. Schön zum Glas, ne? Schön zum Glas. Metteller. Aus Brötchen. Zack. Ja, das wär richtig schön. Ja, richtig, richtig. Oh. Einiges. Einiges lag da. Hallo. Ist mir zu Hause? Hallo, was ist das denn da? Seelengefäß. Oh, schön. Ich bin in einer Falle gefangen. Ui. Nein. In einer Falle. Jo, Seelen. Ah. Hier kommen gleich Messviecher. Müssen wir draufpassen. Oh, ich bin noch da. Immer drauf da auf die... Hoppa. Skelett-Jungen hier. Da kickst du immer recht. Ich brauche nur ein wenig länger auszuhalten. Ah, das sind echt Messves, ja? Ich bin nicht zu weit. Oh, schön. Hardcore-Kombo, ne? Ja. Ich stelle mich mal so ein bisschen zu dir. Du musst mich hier beschützen. Ah, immer drauf da mit meiner AOE. Ich habe hier so eine schöne Bumpe. Alter, Massaker, Massaker, Massaker. Richtig drauf da. Das gibt aber auch schöne P. Da haben wir gerade schon ein halbes Level gemacht. Oh, ich bin mir auch echt Freude. Ja, 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 weil... Kollege mit seiner großen Axt. 110 Monster getötet. Oh, 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 oh. Okay. Habe ich denn da hier einiges gefunden? Eigentlich einiges gedroppt. Oh, ist das denn schön. Beinschutz, so, das sind so eine richtige Hotpants hier. Willst du ein neues Schild haben? Ich habe ein Schild gefunden. Geil. Warte mal. Da hast du die Tage. Die glücksbringende Tage. Tage. Ich habe die Tage. Das heißt nicht, dass du jetzt deine Tage kriegst, ne? Nee, ich, warte mal, was ist das? Blockchance 20%, Blockchance 13-18 Blockwert. Blockchance aber hat insgesamt Rüstung 54. Meiner jetzt, und ich habe. Plus 6 mehr Gold von Gegnern. Meiner hat plus 6 Vitalität. Minus 60. Vitalität. Hatte negativ und Minus 2,5 Schutz. Boah. Ich dropp hier mal was weg. Oh, 19. Dropp da mal ordentlich was weg. Ja, diesen ganzen weißen und grauen Kram, den brauchen wir doch auch gar nicht. Der kann alles weg. Ich feuer den auch die ganze Zeit raus. Ich feuer das auch alles mal raus. Wir nehmen hier nur Epics mit. Wie sich das... Scheiße, ey, hier nur Kacke drinne. Nur Kackflüsse. Für einen alten WoW-Zocker, wie mich gehört, nur Epics für Olsen. Was haben wir denn hier? Oh, Kopfschutz. Haben wir noch gar nicht aufgesetzt. Ab auf den Kopf. So. Ganze Wurstkacke mal rausfeuern hier. Wurstkacke? Was hast du denn für Wurstkacke in der Hose? Das kann man auch nicht gebrauchen hier. Kann man da denn auch bei sitzen? Du wirst doch hier nicht die guten Epics weg. Mensch, nimm es dir rein. So. Würstel. Was blinkt denn da schon wieder? Inventar. Ja, was ist denn im Inventar? Was wollen die denn? Ist alles gut. Was ist da los im Inventar? So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Checken wir hier mal die Lage. Na, Kollege, wo geht's dir denn? Gibt's dir nicht irgendwo einen Wurststand? Ja, Wurstbasar. Ja. So einen schönen Wurststand, wo ich eine schöne Krakauer essen kann. Oh, jetzt eine schöne dicke Krakauer mit Simpfen. Mh, wirklich. Oder eine Curry. Curry, schmeckt das auch geil. Krakauer mit Curry. Also eine Curry-Krakauer. Voll geil, ey. Hab ich, glaub ich, noch nie gegessen. Schmeckt richtig nice. Auch die Haxnam-Wagen sollen sehr geil sein. Ja? Übelst geil, echt. Weil Witwe wollte, ne? Schön, Haxnam-Wagen. Weil sie's gerne wollte, ne? Oh, die Witwe wollte. Weil sie's von hinten wollte. Oh, Entschuldigung. Eine ganz Schlingelige ist das. Ja. Oh, was kommt denn da raus? Ein Dorsen. Hallo. Nein, Dorsen. Also, ich glaub, da spinnt die schwer mit den Dorsen hier, ne? Also, okay. Die rutschen nach runter. Ich glaub, das ist sowas wie so ne Wasserrutsche hier. Ne Dorsenrutsche. Ja, das ist hier das Aqua-Wunderland ist das. Ja, hier, für Dorsen. Dorsen und Partner. Ja, da kommst du nur in Schlauze rein. Ja. Du musst noch keinen Eintritt zahlen. Nur fünf Knochen abgeben. Knochen und Fleisch ist da der Eintritt. Ja, schön. So. Oh. Roundhouse Kick. Roundhouse Kick. Bam, bam, bam. Oh, alles weggekloppt. Alles weggehauen. Und sag. Oh, da lag noch einer drinne. Na, da wollte wohl nicht einer nach Hause gehen aus dem Aqua-Wunderland, so herzlang. Wollte es nicht. Aber wir müssen wieder hoch. Abends mit Bande. Ich glaub, hier waren wir ja schon, die ganze Scheiße schon. Genau, wir müssen wieder hoch. Oder ist noch irgendwas? Warte, ne, wir müssen hier lang. Was ist das hier? Da lag irgendwas, Dorsenrutsche, hast du das aufgehoben? Ich hab gar nichts aufgehoben. Was lag denn da? Da lag irgendwas. Ne, keine Ahnung. Komm mal ran. Wir müssen einen Monster töten. Mein Zauberer, der ist schon ganz hungrig, aber Monster-Flash. Monster-Flash. So. Gehen wir mal hier unten lang. Oh, das hat man ja schon. Wieder hier durchs Tor. Hallo. Klopf, klopf. Kuckuck. Herein. Oh, guck mal. Kuckuck Monster. Oh, die hab ich ja weggesplischt. Den hast du ordentlich gegeben. Ordentlich Beef. Hier hab ich schon wieder so'n Schild gefunden. Wieso find ich eigentlich nur Schilder? Ich will mal ne coole Waffe finden. Oder einen Zauberstab. Du hast doch gar nix gefunden, was cool ist. Ich hab immer noch diesen Lehrlingszauberstab. Der ist richtig pipi. Aber ich glaub, das Schild ist richtig scheiße. Ich hab aber nur Kacke gefunden. Das Schild ist richtig scheiße. Nehmen wir... Das wollen wir nicht. So ein Kacke heißt das. So ein Kack. Hallo. Oh, da kommen sie ja wieder lang gestogen. Und... Fredermäuschen, hallo. Kleines Fredermäuschen. Oh, Ratten. Willst du ein bisschen Eis haben? Ja, Eis im Stil. Papier hat Eis für euch. Oh, da oben können wir auch noch lang, ne? Mhm. Ja, wer weiß, wo das Ende hier ist. Wir rennen hier einfach irgendwo lang. Na. Ihr kleinen, schlimmen Fingerchen hier. Von mir einfach aus dem Boden raus, so. Seid ihr... Das sind wohl alles Gärtner, die machen hier den Garten. Ja, unterirdisch. Kauen schon mal vom Unkraut die Wurzeln ab. Okay, hier waren wir auch schon. Hier kommen wir wieder weg. Frech. Na, da war noch einer. So ein Raufbold. So, da unten können wir noch lang. Ja. Ich glaub, da war auch Sackgasse. Bestimmt. So genannte Sackgasse. Sackgasse. Dann bricht da keiner durch, ne? Ah, hier ist das Ding. Äh. Ja. Fuck. Jo, dann mal wieder weg. Gehen wir mal wieder in die andere Krypte. Ah, na. Hier ist schon wieder so ein Kollege. Ich bin doch nicht da, warte. Da bin ich. So, ein Roundhouse Kick. Und schon sind sie weg. Mein Zauberstab ist so scheiße. Ich mach überhaupt gar kein Damage, ey. Ich brauch mal hier einen schönen Zaubi. Zaubi, du Zauberstab. Zaubi, Zaubi. Frag doch mal Bibi Blocksberg. Vielleicht können die da noch einen leihen. Oh, ich hab hier was gefunden. Bist schon drin, ne? Ja, warte, ich komm mal wieder raus. Was, was denn? Elf Gold, danke. Hast du das Buch hier gefunden, was da liegt? Das Buch, nee. Ah, schade, egal. Wo ist das Buch? Hast du wohl nicht gekriegt. Ah, doch, hab ich gekriegt. Nach Reoriks Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also hab ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha, die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind voller Hände. Ich habe jetzt genug Geisteskampf. Wieder solche Rusher hier, die rushen hier wieder durch die Gegend, ey. Frechheit. 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 Würden die ich mal in Acht nehmen von meinem super coolen Rounderski oder so einen? Oh, da war noch einer drinne. Ein Schackeline Norris. Schackeline Norris. Schackeline. Schackeline, nimm die Finger aus der Schokolade. Mama, ich habe noch Hunger. Schackeline, du weißt ganz genau, wir haben gerade das Kekse gegessen. Mama, ich will nur noch ein paar Kekse. Schackeline, es gibt gleich Chips und Pommes. Also, beduldig noch ein wenig. Chips und Pommes, ja. Ja, für alle Schackelines. Und alle Thorsten. Äh, Thorstens. Thorsten. Die haben ja Arme, dann kriegen sie ja Kekse. Mhm. Aber wenn du keine Arme hast, kriegst du auch keine Kekse. Ähm, die roppern sich dahin, du musst auf den Boden werfen. Ah, das ist doch wieder einmal hier, dem man so... Oh, schön. Oh, okay. Ich hab noch keinen. So, schon Level 7? Ja, das ist ja schon. Na klar. Was haben wir denn hier alles? Jetzt haben wir wieder eine Leichtfüßigkeit. Jetzt sind wir wieder schnell. Ja. Eine Breitachst haben wir. Eine breite Axt. Eine Drogenachst. Immer diese Drogen. Drogenfledermäuse hier. Aua. Aua. Das sind hier schon wieder diese... diese grausamen Totengräber hier. Ich bin nicht der nicht da. Ah, die nerven mich voll. Geh weg von mir. Oh, der hat aber hier ordentlich, ey. Ich brauch ganz dringend einen neuen Zauberschlag, ey. Ich hab das Gefühl, ich mach gar kein Damage. Ganz, ganz viel. Na, ihr kleinen Neude. Wollt ihr ein bisschen Eis? Eis vom Papi. Schönes Eis am Stiel. So. Jetzt hast du auf. Oh, da ist noch einer. Ich hab die Diamantenhaut freigeschaltet. Was? Ja, das ist geil, Tremantenhaut. Kann mir nix passieren. Kann mir nix passieren. Und ich hab wieder einen neuen Schild für dich gefunden. Warum finde ich eigentlich nur Schilder? Was ist das? Keine Ahnung. Sag Bescheid, wenn du einen Zauberstab findest. Alter. So, kann weitergehen. Hoop. 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 Man sammelt auch immer irgendeine Scheiße zufällig ein. Also unabsichtlich, mein ich. Ja. Aber. So und wieder unten lang. Weg mit der Scheiße. Weg mit der Kacke. Weg damit. Ich glaub, hier ist auch nichts. Ich auch nicht, ja. Wir haben hier das Glück und finden müssen wir durch alle vier Dinger durch. Ja, wir haben einen Traum. Vielleicht muss man ja auch immer durch alle vier. Vielleicht macht das das Game automatisch. Dann wird's nur gedroppt, ja. Das wär geil eigentlich. Ah, glaub ich aber nicht. Aber jetzt hab ich mal wieder den Laser-Strahl hier rausgeholt. Hm. Oh. Was sind sie da? Die alten. Lasern. Brrr. Spielen wir wieder Laser. Captain Laser. Nee, Major Laser bin ich. Hm. Laserkraft. Eigentlich müssen wir hier ein bisschen Major Laser im Hintergrund spielen. Müssen wir leider die Gamer erst fragen. Alter, die versorgen wird, ne? Ich bin noch nicht wieder bereit. Versorgen dich? Ja. Gift. Gift. Geule. Lederhose. Hier, Bayern. Bayern. Bayern haben wir getötet. Hier, man hat die Lederhose mir abgeben. Einen magischen Brustschutz gefunden. Ah, ist nett. Hier, guck mal her. Ich hab hier noch so'n, ähm... Noch so'n Ding gefunden. Jo, meinst du, das ist noch besser, was ich habe? Ja? Na gut. Heute mal die Lederhose. Ich bin noch mal ein bisschen. Lederhose, bist du kein Bayer? Dann musst du doch eine Lederhose tragen. Dann liest du mich besser hier. Yay. Mhm. Ich habe nicht ziemlich geistet. Boah, keine Geisteskraft, Alter. Keine Geisteskraft. Sie ist nicht intelligent, ich habe keine Geisteskraft. Oh, da geht's. Oh, schön. Ah, ich glaub, das ist das Richtige. Das ist das Richtige, ja, Ebene 2. Oh ja, die Krone ist nahe, ich hör schon. Hört sich schon rumkronen. Die alte Kroni. Darf ich die dann aufsetzen? Ne, du darfst du aufsetzen. Oh, was ist das? Alter. Da ist der Kollege. Ja, dann rumpf dich hier locker weg, ey. Ich gebe ihm den Laser. Den Major-Laserstrahl. So. Das war ja nicht so... Ne, war ja nicht so schwer, ne? So, und werden wir ein neues Wissen? Grabstätteskanzler. Okay, ich leg das kurz an. Die Anbegrabenen werden aus menschlichen Leichen gebildet, die ohne ordentliches Begräbnis in Massengräber geworfen wurden. Dieses grässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Magie zusammengehalten. All mein Wissen. Und ich konnte doch nur vor ihnen fliehen. Und ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. Ekelhaft. Aber wenn du widerwärtig bist, das ist einfach nur... Ekelhaft, so. Ganz viele Leichenteile stehen die. Ja. Oh, was kommt denn da? Komisch, Typen. Oh, wenn wir die Knochen machen, nicht brechen, zack. Und ich druch da. Was lacht der so dreckig denn? Wie kann der überhaupt lachen? Na, Kollege ist hier. Oh, die Vergeschenmesch. Guck mal, nicht abhauen. Uff da. Ich will abhauen hier, ne? Der Mönch, der macht auch richtig geil Damage-Tips, wenn er nicht equippt ist, das ist richtig geil. Okay, hier ist der Tal des Kanzlers. Ja, warte mal, soll ich mir die Krone mal schnappen? Ja, mal frischern. Nein, ich werde nicht erlauben, dass wir dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslassen. Wo ist er hin? Ja, in der Ecke. In der Ecke. In der Ecke, versteckt. Na ja, ich schmeiß dich noch ein bisschen weg. Nicht genug Geisteskraft. Na, ist da immer noch in der Ecke? Boah, aber der Nubi. Das war ja nicht so. Ne, war nicht so der Knaller, ne? Ne. War eigentlich voll der Kack-Noob. Kack-Noob. Ja, ich habe schon wieder ein Schild gefunden, Alter. Ja, ich bin vielleicht eine Schildkröte. Benutze das Stadtportal, um nach Neu-Tristram zu kommen. Was für ein Stadtportal. Ach, da unten haben wir jetzt. Haben wir jetzt unsere Leiste unten. Okay, dann beamen wir uns mal zurück. Nehme ich zurück, Scott Jordan. Wie soll ich mich beamen? Da unten in der Leiste, da neben deinem Haltrang, da unten. Ach, das Ding, ja, ja. Gena. Gena. So.